Hammer, Ihr leistungsstarker Partner für Transport und Logistik. Als inhabergeführtes und in Aachen ansässiges Logistikunternehmen sorgen wir seit mehr als einem halben Jahrhundert für die optimale Beförderung ihrer Güter, national und international, ob als Land-, Luft- oder Seetransport. Mehr als 1.000 engagierte Mitarbeiter, über 220.000 Quadratmeter bewirtschaftete Lagerfläche und eine eigene hochmoderne Fahrzeugflotte bilden unsere solide Basis für perfekten Service. Im Speditionsgeschäft liegen unsere Wurzeln. Mit ca. 350 Fahrzeugeinheiten sind wir im Verbund der Hammer Group auf Europas Straßen für Sie unterwegs und bieten vom Direkt-, Individual- und Systemverkehr bis zu Sicherheits-, Gefahrgut- und Schwerlasttransporten ein breites Leistungsspektrum. Unsere Fahrzeuge erfüllen alle ökologischen und ökonomischen Standards der aktuellsten Euronorm. Qualifiziertes und regelmäßig geschultes Fachpersonal gewährleistet den sicheren und zuverlässigen Transport ihrer wertvollen Fracht. Telematik-Systeme in den Fahrzeugen in Verbindung mit unserer leistungsstarken Auftragsabwicklung und Disposition sorgen für effiziente Prozesse und termingerechte Lieferungen. Mit den wachsenden Anforderungen unserer Kunden haben wir uns bis heute zu einem leistungsfähigen Komplettanbieter im Transport- und Logistikbereich entwickelt. Unsere Kontraktlogistik bietet maßgeschneiderten Service für Ihre individuellen Anforderungen. Wir entwickeln für Sie exklusive Logistiklösungen auf unseren Logistikflächen oder wir agieren bei Ihnen im Unternehmen auf Ihren eigenen Lagerflächen und eingebunden in Ihre Supply Chain. Unser Standort in Bettburg bietet durch seine unmittelbare Nähe zum Autobahnnetz und nicht zuletzt zu den am Rhein gelegenen Binnenhäfen eine optimale Verkehrsanbindung. Neueste Hochregallagertechnik ergänzt durch ein automatisches Kleinteilelager und modernste Packstationen sorgen hier mit effizienten Prozessen für kurze Durchlaufzeiten. Selbstverständlich bieten wir auf unseren umfangreichen Lager- und Umschlagsflächen auch alle klassischen Speditionsleistungen bis hin zur transportsicheren Verpackung Ihrer Güter. Ihre Beschaffungslogistik und die Abwicklung sämtlicher Zollformalitäten liegen bei uns in erfahrenen Händen. Als innovatives Unternehmen sichern wir darüber hinaus nicht nur mit in-house entwickelten IT-Lösungen perfekte Prozessabläufe. Als Ausbildungsbetrieb sorgen wir auch mit unserem eigenen Nachwuchs für die zukünftige Gewährleistung unserer hohen Qualitätsstandards. HAMMER – für individuelle, bedarfsgerechte Transport- und Logistiklösungen.